Achtung, Alter, Alter! Alles okay bei dir? Oh mein Gott, ey! Oh mein Gott! Ey, das ist so breit! Das ist so breit! Ist klar, Mann, du gar nicht! Du gar nicht! Ey, warst du eigentlich echt im Knast? Wieso? Hört man so? Okay. Glaube ich halt, was die Leute reden? Alter, ganz am voll auf die Nerven gehen, Mann! Ja, ein paar Monate. Einbruch und Körperverletzungen und so. Und woher hast du die? Was mit der Nabe? Die bin ich von früher. Vom Spiel mit meiner großen Schwester Sunny. Wurden sie unter der Schwester zusammen? Nee. Sie lebt in Frankreich. Ohlala! Frankreich! So richtig mit Champagner, Meer und blaue Wasser. Ja, genau! Ey! Irgendwann lebe ich auch da. Geil! Ja. Aber derbe weit weg. Ja. Na ja, ich kenne das. Meine Schwester ist auch abgehauen. Hat uns auch im Stich gelassen. Meine Schwester hat mich nicht im Stich gelassen. Sorry. Ist okay. Nein. Nein, wirklich, Entschuldigung. Es ist mir leid. Nein... Hey! ARD Text im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Sweet, du und deine Schwester. Ist das Frankreich? Und da wohnt sie? Warum hast du keins von deinen Eltern? Weil Eltern haben auch keins von mir. Ja. Ja, komm, spät in den Mittler. Ist mir egal. Hey, sorry. Du musst auch nicht davon erzählen, wie du nicht willst. Es gibt tausend schönere Dinge, die wir tun können. Ich bin so schön. Bis zum nächsten Mal.